Hallo zusammen, ich bin euer AXA97, let's play Brutal Atom, this is fucking Rock'n'Roll und wir machen es jetzt weiter, verpiss dich, wir sind Turbos, die brutalen Turbos, Turbos, ja, hier ist, brutale Türen, verpiss dich mit der Hessel Twike hier, verpiss dich nicht, what the, boah, was bist denn du für Eider, hier, ich seh mich nicht vorlassen, damit ich euch einfach klein kann, ja, ach du Scheiße, und ich reinfahren, ok, fahren wir weiter, hier ist nichts, ja, ein Stückchen, wie weit müssen wir eigentlich fahren, ist das das Ziel oder wie, große finde ich zum Ziel, ok, also noch ein ganzes Stückchen, oh Gott, ja, Verpiss euch, das ist mein Türboos, mein Türboos, das ist meine Tür drin, ja, ich hab mit ihre Tür, ich bin Türenlieferant, fahr, juh, Straße, aber geh mal auf, jääääää, ja, wer ist im Rückspiegel, ja, mich, ja, ich hab wohl nur so gefahren, so, píaslich, ja, ich hab mit deinem Spiegel, ja, ich hab mit deinem Spiegel, ja, ich hab jetzt meinen Spiegel, ja, contrô, ja, wurscht dich, mein Bruder, ja, ich hab mit deinem Spiegel, ja, es sind ja, und ja, ja, ja können nicht so gut und trüben vorliegten mit den tollen Türen ja da vorne schon wieder halt habt ihr keine Hobbys küsst euch äh fail ah ja das müssten gleich los müssen kommen ja ich kann nicht mal super witzig das nur für ein abgeschmackter typ geschmackter typen und ja ich werde jetzt immer türbus sagen ich weiß dass es falsch ist aber türbus ist viel cooler ja ja der nächste noch eine stirb scheiße nein 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 er die verdammt ja aber scheiße wo ist der da vorne ist der türbus man pisst dich man pisst euch lasst mich in ruhe hey boss ja wir sind da ja wir sind da sehr schön ja wir sind da ja wir sind da lang sagen ja wir sind guck muha Das sind die Unterkünfte von Lionwights Wache. Und dahinter kommt die Schlucht des Pfählers. Lionwights Turm liegt genau auf der anderen Seite. Worauf warten wir? Mangus, mach den Bus leer. Wenn ich zurück bin, wird gekämpft. Yeah! Wir haben wieder Blüterholz gewonnen. Und wir müssen irgendwas erledigen. Gib Mangus Bescheid, wenn die Zeit für die Schlacht gekommen ist. Wir haben noch zu einem Punkt. Wir machen weiter. So ziemlich. Ist es soweit? Jetzt! Mangus, die Stunde des Rock ist gekommen. Oh man, okay. Die Pause ist vorbei. Yeah, Pause. Okay, was müssen wir machen? Okay, anscheinend wird wieder eine Bühne aufgebaut. Für eine brutale Schlaf. Sehr schön. Achte. What the... Boston. Oh mein Gott. Verschwindet von den Fans! Ihr... Ihr Blutegel! Boss! Eddie! Mein Rö... Oh Gott! Edward! Was zum... Was zum... What the... Die Droiden im Tempel. Sie müssen Dämonengift an den Klingen gehabt haben. Okay, ich sollte Ihnen ein Dankeschreiben schicken. Ich fühle mich toll! Du solltest dich im Bus ausruhen. Yeah! Ich fühle mal! Dämonen, Eddie! Hört mir zu, ich weiß, ihr flippt gerade ein bisschen aus, aber ich fühle mich gut. Versprochen! Kann ja sein, dass ich ein bisschen Dämonengift abbekommen habe, aber das ist bestimmt nur vorübergehend. Ich bin immer noch der gute alte Eddie. Setzen wir diese Infektion zu unserem Vorteil ein, solange sie noch anhält. Lasst uns dieses Geschenk der Titane nicht fürchten! Er hat recht! Macht euch bereit für die Schlacht! Der Feind ist da! Ich hätte so etwas befürchtet. Keine Bange, ich wollte schon immer Flügel haben. Um ehrlich zu sein, habe ich als Kind sogar ständig davon geträumt. Hoffentlich hatten meine Eltern nicht recht. Was zum... Okay. Können wir dich auch gegen Live-Rise-Versionieren-Verbindern? Hey, hallo, alle mal hersehen! Ich zeig euch jetzt... Okay! Drücke! Ja! Ach, genau! Ja. Ihr scheißt euch sowas von in die Hose! Oh, das ist er. Ja, geil! Fick dich! Das ist wundervoll! Fälas, ich kann sogar dein Haus sehen! Ja! Aus diesem Blickwinkel kann ich genau erkennen, was das Problem ist! Das ist ja mal geil! Ein Haufen eklige Fan-Egel fressen unsere Fan! Ja! Das wussten wir schon! Ruhe, erdgebundene! Also, zuallererst müssen wir mal diese Blutegel loswerden! Ähm, kann ich auch wieder haben! Wen greifen wir als erstes? Also, wieviel ist das? Hast du das Licht aus dem Himmel erscheinen lassen? Das Licht selbst beugt sich meinem Willen! Ich krieg jetzt keinen Höhenflug! Warum kriegst du nicht selbst ein? Und verwende er unseres Kommando! Ja, komm mal auf! Den Typ, genau da! Ich muss nach oben und nicht umsehen! Ja, den du! Ah, er ist ja und älte! Ja! Los! Sogar neul, der irgendwie zudammt! Okay, jetzt hab ich's geblickt! Treibe zumindest! Treibe zumindest! Ja! Nice to make both of those ones! Ja, das ist ja! Oh Mann! Was ist los mit uns? Ja, das ist ja! Du bist von mir! WTF? Ja! Solo! Den, 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 den! Dance Dance Revolution! Yeah! Bitte! Wollen wir noch einen Blöde? Hier haben wir noch einen! Äh, LB und dann... Tasse! Okay! Wir brauchen... Donnervogel... Gewalmer... Und die erstmal! Yeah! Jungs! Komm, wir brauchen mehr! Der bitte... Ja, sehr schön! Und das Solo! Den, 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 den... gehen 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 dann würde ich sagen den erholen wir uns noch und fucht macht euch auf den weg zum leuchtfeuer so wir kriegen immer mehr fernz machten 60 92 ja mehr fans ja ich bin beruhig ja ok aber ich habe was vom master schützen gehört ja wo seid ihr bis zum märzer ok ok hallo mörser 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 das finde ich so mörser merchandise haben wir angegeben nein was denn merchandise haben wir angegeben verpfisst das typ merchandise starren sicher fucking ok ich brauche jetzt erstmal einmal die leute Um uns im nächsten Part wieder zu sehen, ja, entschuldigt, es ist etwas schässig gerade und ihr merkt es, es ist ein Trinkt, aber bis zum nächsten Part, mal let's play Brutal Legend, ich beinahe in ein neues Eben des Funky Walking World, ciao.